Rienenburg in Russland, der hat's also auch nicht bobbelt drauf, nicht nur im Einzel. Prinzip-Spieler auf der anderen Seite. Haben Sie gesehen, wie... Ja, ja. Ja, ja. Hurt! 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 Was für ein sensationelles Vorhang... Das macht Spaß. Hurt! Und es ist ein Teil der Anerkennung. Ich bin aber wieder. Vielen Dank. Ich bin jetzt hier. 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 Das heißt, dass er ziemlich durchschaubar ist, spielt fast. ... seinen Spielstil ändern, sollte ein bisschen was probieren, denn sonst geht's da nicht viel. Bravo, bravo! Daraus schöpft auch der Gegner Kraft. Welka? So, und jetzt der Satz Tisch Was selten die sind Wow Noch einmal die Alle guten Dinge Seinen Bewerber Aber trotzdem hat die ETDU gesagt Wir wollen an einer jährlichen Großer Sport Ganz, ganz groß Was führen die beiden auf da unten Die schenken einander nix Überhaupt nix Also spektakulär Sechs Alles Auch bei den Herren Ein rein chinesisches Endspiel Und auch vor einer Weltmeisterschaft Die jungen Chinesen In die Tischtenniswelt herum Da muss Fanboot derzeit durch Das ist so Die wollen sich nicht Das war's jetzt endgültig Den dritten Matchball Den verwertet ihr 11 zu 5 Der fünfte Satz Viel Fanbo Gratulation an